Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie haben überraschend die Konsequenzen gezogen und kurzerhand die Landesgrenzen geschlossen. Bayern will damit gezielt ein Zeichen setzen, wie Ministerpräsident Huber noch einmal getonte. Weitere europäische Staaten erwägen dem Beispiel Bayerns zu folgen. Auch sie hatten in den letzten Monaten immer wieder Probleme mit illegaler Einwanderung. Ja, muss ich jetzt hier meinen Ausweis vorzeigen, oder wie? Nein, lass uns stecken. Du wirst bloß wegen den illegalen Einwanderern. Ich habe mir ja nichts zu Schulden kommen lassen. Aber schon schlimm das Ganze hin und her mit den Afrikanern. Dass die da unten aber auch nicht zur Ruhe kommen können, einfach nicht zu fassen. Und das mit den Grenzkontrollen. Der Leidtragende ist doch der stinknormale Tourist. Wir werden ja letztendlich auch schikaniert. Nein, mei, Vorschrift ist Vorschrift, gell? Ja. Also, dann passen Sie gut auf. Schönen Tag noch. Wünsche dir auch. Blöde Sau. 324 und 424. Bei mir ist alles sauber. Gibt es was Neues aus der Zentrale? Ja, pass auf. Wir haben Hinweise von den österreichischen Kollegen. Erhöhte Aufmerksamkeit. Die meinen, da tut sich was. Naja, was wird sich mit der Estheuer schon tun. Die wollen sich da bloß wichtig machen. Du schaffst halt ein bisschen. Und wenn du was isst, dann meldst du dich halt. Ja, alles klar. Auf und out. Und du schaffst halt. Und du schaffst halt. Halt, was soll denn das? Mach's gut, Bernie, du bist mir ein sauberner Grenzer. Glutzy fix! Bleib stehen! Du gehst zurück! Nein, ich geh nicht zurück! Mach bloß keinen Scheiß mit. Asyl, Asyl! Ausweis? Passport? Gut, dann müssen wir jetzt eine Identitätsbestimmung machen. Ach, gell? Nein. This is your side, this is my. Also, ausfüllen. You have to fill out the paper. Do you understand? No, I don't understand. Hör ab. Ja gut, dann überspringen wir das jetzt und machen Fingerabdruck. Tu mal her. We need your fingerprints. I'm not a criminal. I want Asyl. Asyl! Asyl, Asyl. Das hat doch keinen Zweck mit uns. 324 an 424. Bitte kommen. Bitte kommen. Das gefällt dir. We also have similar animals. Das ist alles. Echt? Gut. Das ist gut. Leberwurst. Lieferwurst. Sosets. Sosets. Mein Name ist Oshoku. Jani. Also, pass auf. All this here is Bavaria. Bayern. 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 Hey. How do you call this? This is a Hirsch. We call it Mw. 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 Musik 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 Hallo? Oh, Nivo. Shushu. Seba, Tai, Yaku. Bernie? Yes, B? Jetzt lass mal auf. Die Esterei ist eine entwischt, dass man bloß auf deine Grenze aufpasst, gell? Du weißt ja, wenn da nur einer rüberkommt, dann stehen am Morgen 100 vor der Tür. Bernie? Sag einmal. Jetzt ist es und bleibt ein Haubentaucher.